Der Materialpool ist nichts anderes als unsere MESAX und die LernSax ist ja die MESAX Schulkloud, also insofern ist hier die Verbindung geschalten und jeder Lehrende und jeder Lernende bekommt mit seinem Zugang zu LernSax automatisch den Zugang zu MESAX. Ich habe jetzt hier schon mal eine kleine Suche vorbereitet. Ich suche also nach dem Begriff Energie. Ich möchte ein Online-Video haben. Ich könnte jetzt hier noch das Fach auswählen und die Zielgruppe habe ich jetzt Allgemeinbildende Schule ausgewählt. Auf den Klick, auf das Suchfeld kommen hier einige Ergebnisse. 320, das ist schon gewaltig, also hier kann man ruhig ein bisschen einschränken. Mich interessiert jetzt an sich dieses zweite Video und das könnte ich jetzt mir hier erstmal anschauen und könnte dort eine Wertung treffen, ob das etwas für den Unterricht ist. und kann, und das ist das Entscheidende, über Medium merken, mir dieses Video automatisch in meinen privaten Bereich importieren, um ihn dann von dort aus in die Klassen zu bringen. So, das mache ich jetzt mal und danach kann ich das Fenster wieder schließen und ich gehe dann wieder zurück in Privat. In Privat angekommen, gehe ich auf der linken Seite in den Bereich Medien und hier ist mein Video angekommen und von hier aus kann ich es dann sozusagen in die Klasse schaffen. Also, Sie merken, die Lernsackselemente arbeiten sehr intensiv miteinander zusammen und das ist auch immer die Frage, wo bin ich denn eigentlich, um gewisse Dateien hochzuladen oder herunterzuladen. Und da gibt es ein ganz einfaches Prinzip, erstens die Farbgestaltung, haben wir also Rot ist Privat und wenn ich auf Privat bin, sehe ich auf der linken Seite meinen Namen, gehe ich auf Institutionen, ist es zumindest blau und ich sehe hier den Namen der Institutionen, gehe ich in eine Gruppe oder gehe ich in meine Klasse, dann sehe ich auf der linken Seite hier oben die Bezeichnung der Klasse. Das trifft jetzt für Netzwerk nicht zu. Und das heißt also, wenn ich jetzt zum Beispiel in meiner Klasse etwas hochladen möchte, dann muss ich auch in meine Klasse gehen, auf der linken Seite immer kontrollieren, wo ich bin und dann kann ich sozusagen hier eine Datei dann entsprechend hochladen. Zurück auf die Ausgangsseite klicke ich einfach auf den Namen und bin wieder in der Übersichtsseite angekommen. Warum das so wichtig ist, hängt auch damit zusammen, dass viele Funktionen sowohl in Privat, Institutionen, in den Gruppen und in den Klassen vorhanden sind, also zum Beispiel die Dateien oder die Kalender oder andere wichtige Funktionen und da muss man schon wissen, wo man ist. Und der zweite Grundsatz war ja, das Wichtige ist unten, das heißt also ganz unten habe ich im Privatbereich zum Beispiel die Einstellungen, zu denen kommen wir gleich und wenn ich noch weiter runter gehe, könnte ich hier zum Beispiel entsprechend in Französisch umschalten und die Lernsax auch im Sprachunterricht benutzen. Das zu den beiden Grundsätzen A, wo bin ich und B, das Wichtigste ist unten.